Tante Paula Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten, eine Freundin hat ihr dringend zugeraten. Jede Viertelstunde nimmt sie ab'n Pfund und dabei fühlt sich die Tante ganz gesund. Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten, keine Suppe, kein Gemüse, keine Braten. Vor'ner Woche war die Tante Kugel rund, übermorgen wirkt sie höchstens noch ein Pfund zu gesund. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten, keine Suppen, kein Gemüse, keine Braten. Vor'ner Woche war die Tante Kugel rund, übermorgen wirkt sie höchstens noch ein Pfund. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Aswald! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020